Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hexit! Gott, ihr hört schon, die Spinnen-Armee wartet auf uns. Aber bevor das... Oh... Cool. Ja, ich wollte... Boah, wie wir schon wieder aussehen? Aua, zwei Falle in der Schulter, eine in der Hand, zwei im Fuß, eine im Rücken. Ja, super. Nein, die Hose ist kaputt. Das ist uncool. Verdammt. Und ja, das heißt, wir müssen ganz kurz umdeponieren und wir gehen wieder nach Hause. Weil ohne Rüstung, ordentliche kann man es hier nämlich voll vergessen, weil ihr hört ja schon, ne? Da geht die Party. Da war noch Erfahrung. Und deswegen lassen wir das jetzt fürs Erste. Gehen nur mal nach Hause, rüsten uns ordentlich aus und dann können wir eventuell weitermachen. Ja, weil vorher geht hier gar nichts. Das ist das Problem. Okay, da ist nach Hause. Dann gehen wir da auch hin. Ein Brunnen. Wie schön. Osmostone. Hihi. Könnt ihr mal bei Gelegenheit so ein riesengeiles Baumhaus bauen. Das wäre so cool. Muss man irgendwie schnell rüber hochkommen. Das ist immer das Problem. Naja. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ein grünes, blaues und rotes Schaf. Ei, ei, ei. Schön bunt. Ja, meh. Wildschweine. Ja, oink, oink. Eisen haben wir, glaube ich, genug. Obwohl, man kann eigentlich von nichts genug haben, weil wir ja eben daraus Kisten machen können. Beigelegenheit. Oh, eine Dimension. Hallo, und da möchte ich gerne nicht rein. Ich hatte... Die alte steckt mir immer noch in den Knochen. Spawn, da. Da ist das Tor in unser abgehackter Baumstumpf. Oh, Feier. Ja, 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 ja. Ach ja, ich vergesse es immer wieder. Und tschüss. So, oah, verdammt. So, keinen falschen Schritt hier gehen. Mensch. Ich glaube, ich nehme das mal eben mit. Gott, ist doch richtig groß hier. Ja. Boah. Okay. Dann. Weg. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir vernünftige Ausrüstung kriegen. Also, was haben wir? Wir haben keine Hose mehr. Wie sieht es hier aus? Was ist das? Das ist nur Eisen. Ich möchte aber... Was möchte ich denn? Ähm. Yay. Das ist voll cool. Ja, das ist die gute Frage, was ich möchte. Tja. Hm. Gucken wir mal kurz hier rein. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben... Äh. Ja. Eigentlich nur... Shitcram gekriegt. Nichts Vernünftiges. Ein Laps dazu, die Block. Ich tue ein paar Shards. Ein Goldenergit. Die sind cool. Die Torchberries. Aus den Torchberries kann man nämlich Torches machen. Ach, man glaubt es kaum. Und zwar... Richtig viele sogar. Und zwar pro Torchberry... Berry? Ah, fünf. Das ist ziemlich cool. Und saupraktisch. So, jetzt kümmern wir uns doch, glaub ich mal, um... Das, äh... Anni... Ne? Ähm. Ach ja, und um... Das da. Was hab ich da nur zusammengekippt? Dass das nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, kann ich mir abfließen lassen? Ja, kann ich. Aber da wollte es gerade nicht funktionieren, oder was? Oh, damn it. Ich brauche dann eben noch ein bisschen... Äh... Eisen und Aluminium. Irgendwas hab ich auf jeden Fall falsch gemacht. So schaut's auf jeden Fall aus. Ups. Ja, doch. Das war richtig, 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 richtig. Ja. Tja, hm. Dann müssen wir nochmal eben warten. Oh, wir gehen mal eben schnell schlafen. Sonst haben wir gleich wieder einen Creeper vom Haus. Ne? Das wär nicht so geil. Na? Oh, halt ein Zing, verdammte Ecke. So, schlaf, schlaf. Prost. Okay. So. Sind wir fertig geschmolzen. So gut wie. Das Eisen braucht noch ein bisschen. Schneller! Na los! So. Äh, warum geht das nicht? Warum? Was ist hier eigentlich passiert? Was ist hier los? Was geht denn hier? Ich versteh's nicht. Hm. Was hab ich nur da zusammengebraut, dass das nicht vernünftig funktioniert. Gucken wir mal, was bei dem Engel rauskommen würde. Was haben wir denn da gemacht? Eisen? Aber ich hab doch da Aluminium mit reingetan. Das versteh ich nicht. Moment. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Definitiv. Also nochmal. Aluminium-Bress. Aluminium- Ach, Kupfer, nicht Eisen. Ah! Das war jetzt reichlich dämlich, ja? Reichlich dämlich. Hm. Tja. Und was ist jetzt das hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt, äh, müssen wir das Ding erstmal wieder leer kriegen. Ich glaube, wenigstens kann man mit Aluminium das Eisen strecken. So sieht's zumindest aus. Ja. War auch nicht schlecht. Wir haben jetzt ein Eisen drin und drei Aluminium. Mal gucken, wie viel wir rausbekommen aus dem Eisen. Wohl. Ah, ne. Okay. Interessant. 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 Okay, jetzt dürfte es leer sein. Ja. Okay, dann packen wir mal den Rest wieder weg und versuchen es erneut. So. Ähm. Aluminium. Hatte ich nicht noch Aluminium dabei gehabt? Ja. Und. Äh. Kupfer. Jetzt gar nicht viel brauche ich davon. Können wir mal eben kurz gucken. Das weiß ich jetzt nicht. Drei Alu und ein Kupfer oder zwei Kupfer. Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Wir müsste eigentlich... Nee, ist genau... Zwei. Ja. Das sollte hinlangen. Ach, ja. Dupdi-du. Warten, warten, warten. Ähm. Das müssen wir nochmal wieder einschmelzen und gießen. Ich würde daraus gerne ein Schwert machen. Wohl ist die Frage... Hm, 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 hm. Ich weiß noch nicht. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir erst mal diesen Brass-Gedönsel hier klein kriegen. Hopp. So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, ja, ja. Das ist das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Sehr gut. So, dann können wir schon mal die Patterns machen dafür. Hm, hm, hm. Das war's. Okay. Vier Stück, das ist in Ordnung. Gut. Ähm, was habe ich denn? Ich habe das Tool-Bein-Ding. Sticky ist ja sowieso. Ähm, dann brauchen wir Sward Blades. Ja. Äh, 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 Stanzer hier. Äh, ich brauche das Sward Blade. Ja, genau. Und ist die Frage das Binding. Wie mache ich das Binding? Ähm, Was wollen wir noch mal alles dafür? Schwert. So ein Schwert Handlauf Dings, Bums. Handlauf. Äh, da war's, oder? White Guard Cast müsste es gewesen sein. Ja, das war das. Das da. Okay. Gut, das Nee, das lasse ich ja doch lieber da drüben, weil wir es nur da drüben brauchen bei der Schmelze. Also lasst uns auch hier. So, jetzt brauche ich meine zwei Ingels wieder eingeschmolzen. Das dauert jetzt bestimmt wieder eine halbe Ewigkeit. Naja. Lila. Echt hübsch irgendwie. Huch. Die Säulen. Naja. Äh, gut, dann warten wir noch eben und gucken, was wir so an Rüstung noch übrig haben. Wir haben noch hier Diamond Leggings. Explosion Resistant. Fire Resistant. Okay, wir haben doch kein Dingens. Ganz genau haben wir alles von diesen Freezens zusammen. Ha. Ist ja witzig. Okay. Die Hose nehmen wir aber schon mal mit. Ähm, einfach aus dem Grund. Wohl, was ist eigentlich mit der? Was ist das? Was hat die? Protection 2. Fire Protection. Protection. Pff. Äh, ja. Hm. Ich glaube, es ist sogar besser als die Diamant. Ich glaube schon. Deswegen kommt es jetzt mal mit. So, und hier räumen wir jetzt erstmal ein bisschen auf. Nein, das war falsch. Zurück. Ähm. Und Kupfer. Ja. Äh, bei Gelegenheit werde ich mal alles einschmelzen zu Ingels oder Blöcken. Äh, damit wir nicht immer so viel Krimskrams rumfliegen haben. So. Gold. Nugget. Und Pflanzengedönse. Blümchen. Und es ist hier Monster Drop. Ja. Eine Gasträne. Das finde ich toll. Das ist so schön am Leuchten hier. Herrlich. Einfach nur herrlich. Hehe. Oh, wir sollten uns einen Verzauberungstisch machen. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Okay, da fließt es. Da ist es. So. Und den Schwertgriff. Wie viel ist noch übrig? Okay. Machen wir mal noch. Äh, was machen wir denn nochmal dazu? Ähm. Gute Frage. Eine Spitzhacke? Äh. Ich glaube schon. Nein. 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 Verdammt. Das ist uncool. Jetzt haben wir quasi den halben den halben äh, halben Dingens, Dingens verschwendet. Ach Gott. Ja, ich habe heute wieder Probleme mit Worte zu finden. Oh. Stil? Äh. Können wir nicht äh, was besseres nehmen? Na, ich weiß nicht. Äh, Kobalt. Genau. Wir nehmen, was macht das denn hier drin? Ach, keine Ahnung. War ich schon richtig? Kobalt. Habe ich das noch in der Tasche drin? Nein. Wo ist es? Ja, dann machen wir einen Kobaltgriff und dann muss ich das jetzt leider hier zerstören. Das ist ganz blöde. Naja. Konnte ich ja nicht wissen. Nicht wahr? Zack. Und Kobalt. Okay. Swordblade. Oh, okay. Ja, dann, äh, ne? Können wir das mal mäh? Oh Gott. Schon mal zurechtlegen. Ein Schwert wollen wir. So. Und so. Puh. 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 Oh, was essen. Om nom 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 nom. Und sind wir geschmolzen? Immer noch nicht. Uiuiui, das dauert immer. Herrje. Ähm, haben wir noch irgendwas, was wir ausstellen können eigentlich? Was schön aussieht? Ach, wir haben noch einen Enchanted Book. Okay. Äh, ähm, tja, hm. Tja, hm. Die Gasträne, genau, die könnten wir ausstellen, die ist hübsch. Diese Bällchen sehen irgendwie lustig aus. Und tun wir die mal in den Schrank. Hm. Da kommt die Gasträne hin und... Ach, auch der Ball. Echt witzig. Ich find's witzig, dass diese neuen Sachen höhere Texturen haben. Also, was ist das denn? 64 mal 64? Find ich gut. Dass sie sogar von sich aus haben, das ist sehr klug vorgedacht, muss ich sagen. Also, ich bin beeindruckt. Ähm, ich brauch ein Sticki-Stick. Aber als erstes brauch ich, glaub ich, nee, zuerst kommt der Sticki-Stick. Genau. Zack. Das wunderschöne blau und Kobalt. Fragt sich, wie viel dann jetzt noch übrig bleibt. Äh, ich weiß es nicht. Na, siehste, wusste ich's doch. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, 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 geahnt. Ach, nee, nee, nee. Das heißt, ich schmelze jetzt noch ein so ein Ding ein, oder auch, nein, eins reicht es mir erst mal. Äh, gut, aber jetzt hab ich schon mal Sticki, jetzt können wir endlich das blöde Ding fertig machen. Verdammt nochmal. Wir haben wieder viel zu lange gewartet. Immer nur warten, warten, warten. Hier. Kobalt rott. Vier Herzen attack. Was, was ist eigentlich mit dem? Wie viel macht das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nehmen wir's dann. Basta. Okay, dann wollen wir's noch ein bisschen aufpeppen. Ähm, 2520. Uh, nicht schlecht. Gut, gucken wir mal, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, bringt das was? Ich weiß es nicht so genau. Diamant, Bedstone, brauche ich auch nicht. Ähm, Emerald. Ja, darüber kann man nachdenken. Lape's Let's Sleep. Hm. 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 Ähm. Wohl, ähm, ich, äh. Hm. Plus 50%. Was macht denn jetzt mehr? Aha. Aha. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Most. Auto Repair. Na, okay. Ähm. Wir müssen mal kurz nochmal ins schlaue Buch gucken, was wir noch machen können, denn, das Buch, also die, 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 die Rezepte wurden aktualisiert und es gibt jetzt neue Möglichkeiten, auch für die Waffen, die zu upgraden. Ähm, so hier. Was haben wir hier? Increases Attack Damage. Piercing? Hat er Piercing? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, oder? Piercing Properties. Schauen wir mal. Brod, what? Nope. Das hat Piercing. Äh, okay, dann tun wir da mal Quarz drauf. Ja. Wo, wo, wo ist der eigentlich? Hab ich den nicht reingelegt? Legt der bestimmt bei Steinen, oder? Hier ist der Rack. Ah ne, ja hier Quarz. Vier, äh, acht Quarz. Ähm, gucken wir mal, wie das sich so verhält. Oh, wow. Po 5, hab ich gehört, macht ein Herz mehr. Äh, Gott, wo rum war das? Ich würde sagen, bevor wir richtig loslegen, werden wir noch mal in den Laser gehen und ein bisschen Quarz sammeln gehen. Denn, und so ein richtig geiles Schwert wäre richtig gut, damit wir die alle wirklich ganz, ganz schnell verkloppen können. Ähm, ja, ich würde sagen, ja, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.